Stellt euch das mal vor. Eine Welt ohne Plastik. Und die Meere können schon wieder frei atmen und dieser massenhafte Konsumwahn hat endlich ein Ende. Aber das ist so aufregend, Teil von so etwas Großem zu sein. Plastik ist Mord! Plastik ist Mord! Verschwindet von hier! Umweltschützer haben schon so manchen Konzern zu Fall gebracht. Aber wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir dürfen uns von denen nicht abhalten lassen. Der Kampf gegen Plastiktüten ist tausendmal wichtiger. Seit Jahren träume ich von dieser einzigartigen, reißfesten Plastiktüte. Ihr Plan ist teuflisch. An und sie das bekommen. Sie bewegt sich. Wie meh! Was war das? Wir müssen hier weg. Was ist hier los? Die Tüten. Sie rebellieren. Hol es raus! Wir müssen. Ist das nicht. Aus! Tschüss! Ja!